Willkommen zum Unboxing von Amiibo Nummer 22 aus der Super Smash Bros. Edition. Das ist Toon Link, der Held von The Legend of Zelda The Wind Raker HD. Das Remake von der Wii U haben wir ja schon gespielt, das könnt ihr euch gerne anschauen. Vielleicht gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Da kann man ihn eigentlich ganz gut kennenlernen, den guten Toon Link. Mit dem Master Schwert und dem Heroen Schild. Gefällt mir diese Amiibo doch ziemlich gut, außer wieder mal die Stütze, aber naja, ihr kennt ja meine Kritik daran. Er zieht auch eine schöne Krimasse, da hat er ja ganz schön viele drauf, der gute Toon Link. Obwohl das manchen auch nicht so gut gefällt. Naja. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Unboxing. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, bis dahin. Tschüss.